Dies ist ein Raum, nicht nur zum Kochen und Essen, sondern auch ein Ort der Geselligkeit und des Zusammenlebens. Die Küche oder Küche. Hier werden nicht nur leckere Gerichte zubereitet, sondern auch Erinnerungen geschaffen und geteilt. Ob beim gemeinsamen Kochen mit Freunden, beim gemütlichen Frühstück mit der Familie oder bei einer spontanen Küchenparty. Die Küche ist ein Ort, an dem das Leben passiert. Und jetzt habe ich es falsch gemacht, denn es ist die Küche. Gleichzeitig ist die Küche auch ein Ort der Kreativität und Inspiration, an dem neue Rezepte ausprobiert und kulinarische Experimente gewagt werden können. Ja, richtig ist Küche. Die Küche. Küche.